Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns und wir hatten eine ganz ganz witzige Idee. Ihr habt uns TikToks zugeschickt, die wir heute nachstellen. Ja, wird auf jeden Fall witzig werden und ich würde sagen, da liegt mein Handy, ich schnapp's mir jetzt sofort und dann fangen wir direkt an mit dem ersten TikTok. Wir haben zwei Tänze, die wir nachstellen müssen und ich dachte, wir starten mit dem. Oh, 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 okay. Das heißt, wir stehen Rücken an Rücken, dann... Wir gehen rechts, rechts alles. Wir gehen über die rechte Schulter? Ja. Okay, five, six, seven, eight. Ach so stimmt, mit Händen oder ohne? Ich glaube ohne. Warum mit? Dö dö. Dö dö. Gott, wie cool ist. Dann freuen wir mit zueinander, ne? Ja. Also five, six, seven, dö dö dö. Und dann hab ich den. So, wer macht jetzt was? Ist mir egal. Ich glaube ich gehe. Hier legst du lieber dahinter, gehe ich lieber nach vorne. Dö dö. Dann musst du halt nur. Genau. Okay, mal. 5, 6, 7, 8... Du, du, du... Du, du, du... Genau. Ich habe auch die Schneider zusammen. Du, du... Okay, dann... Oh, sorry. Dann... Du, 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 du... Oh, dann springen... Warte, welcher springt zur Seite? Boah, ich muss dann zur Seite. Nein, ich muss dann zur Seite. Genau, du musst zur Seite. Aber vorne rum oder hinten rum? Vorne rum, ne? Du... Du... Nee, die geht erst in den Huckel, ne? Die macht den Huckel. Du, du... Ja, ne? Ja, genau. Heißt, ich bin hier... Achso, du bist... Hier? Hier? Achso, hup! Du... Nee, scheiße, ich kann das nicht. Okay, Huckel. Ach, den Kopf ein bisschen hängen lassen einfach. Okay. Du... Ja, also... Mit dem Kopf runter gehen. Ja, also gleichzeitig... Ja, also gleichzeitig... Natürlich auch hier... Rücken hoch gehen. Ja, ich kann das nicht. Du... Ja. Okay, und dann... Du... Oh, das wird schlecht. Du... Du... Okay, das heißt... Wir sind hier... Du... 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 Und dann ist... Ha! Und dann ist... Und dann ist... Du... Du... Und... Du... Wir haben keine sonst für das Singen. Du... Und dann ist das nicht so... Huu? Du... 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 Huu?! Ah! Jetzt machen wir das, was wir uns zugeschickt haben. Hallo, wir filmen uns. Dann nehmen wir das Handy. Einen dreh ich mich. Und gib mir nochmal ab. Ich hab jetzt nicht gesehen, was ich da mache. Außer das... Ich hätte nicht gehofft. Dann muss ich angucken. Ja, das lebt ein bisschen von der Musik, das Video. Ich hab überhaupt zu lange arm. Warte, hält sie denn weg? Muss ich nicht halten? Muss ich nicht halten? Okay. Kett nehmen. Scheiße. Ich muss gedrückt halten. Einfach Kopfnuss. Ich glaube, ihr habt gar nicht reingeguckt, ne? Ich hab ihn in die Kamera... Doch, erst reingeguckt. Vielleicht nicht. Ich hab ihn nicht. Achso, nein, erst nicht. Oh, sieht gut aus. Wie geil. Tschüss. Das hier. Das wurde uns zugeschickt. Der eine muss so machen und der andere muss so machen. Ist egal. So, wir machen das jetzt. Boah, dann hab ich das Schwierige, ne? Ja, du hast den Daumen. Komisch. Ähm. Zwei Schwierige? Welchen Daumen? Film ich gleich? Nicht? Nein, die andere Hand? Nicht so. Hä? Nein. Uns den Daumenherz machen. So, das ist der Trend. Der macht den Daumen. Der andere macht den. Guck. Das heißt, wir filmen das jetzt, indem wir das machen. Dann muss ich das in dem Bild und dann ist es fertig. Okay. Achso. Ja, aber mein Handy ist verschwommen gewesen. Ich hab umgeschrieben. Jetzt ist hart. Hart. Jetzt ist hart. Hart. Du meinst hier? Ah, wir ein. Ich sehe gar nichts. Das ist rechts, links. Das ist rechts, links. Ah, ich kann ja nie gucken. Ja, ja, das istues Musik. Zumindest? Das macht ihr dann? Na ja nochmal. Zwei Mal. Okay, warte. cious. Wir haben ein... Ah, wir haben vier Mal. So machen wir zum Anfang Weichen, ja? Ja. Und dann habe ich dann. Und dann... Ich würde mir eigentlich schon aufhören, aber egal. Geht ihr nach vorne? Dann geht ihr ja in der Richtung. Und dann, genau. Und dann gehe ich nach vorne. Dann habe ich dann... Geht rechts, links, rechts. Wie? Okay. Jetzt war der Handy, aber ich kann das kein Video gar nicht sehen. Sorry. Amen. Das heißt, oh Gott. Das ist spiegelverkehrt. Ich hasse... Nix. Nein? Und dann macht er... Dann macht er noch einen Step. Das habe ich. Okay. Okay. Ich schütze richtig. Dann muss ich mir ein Bild machen. Scheiße. Scheiße. Das muss es sein. Jetzt haben wir uns ja geschickt und deswegen muss ich jetzt... Okay, aber das ist ja easy. Was heißt? Wollt ihr machen? Mann, bleib... Stoich. Ich bleib... Stoich. Ich bleib... Stoich. Ja? Du hast mich richtig angesprochen. Mensch, Daniel! Sobald ich's mache, kommt schon so richtig... Wow! Ich verschmier. Ist das doch ruddeln? Das war aber nicht schlecht. Und davor war scheiße? Davor war richtig scheiße. Das hab ich gar nicht mehr abgespeichert. Ehrlich? Mhm. Okay, ich mach noch einmal weg. Und noch einmal. Egal, ist das okay, glaube ich. Was lachst du denn? Nichts. Ich bin... Ich kann keinen TikToks machen. Einfach... Ich geh jetzt mich waschen. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Video gerne ein Like da. Und bei 30 Likes machen wir jetzt den zweiten Teil. Yay! Das ist ja so. Okay. Abonniert diesen Kanal, um den Stream zu verpassen. Und aktiviert die Glocke. Denn jeden... Sonntag und Montag. Falsch. Donnerstag und Sonntag. Schon ein bisschen peinlich. Wenn du nicht mehr... Wenn du nicht mal die Daten weißt. Also dann testet, wie das auch ein bisschen... Genau. Jeden Sonntag und Montag... Was ist der Mund da? Ja, Mann! Daniel! Was ist das denn? Ma... Yin... Sonntag und Donnerstag. Und fertig. Und dann kommt ein neues Video online. Yay! Und dann würde ich sagen, schreibt mir eure Videoidee in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!